Najavasana ist wörtlich die gedrehte Stellung bzw. die nicht gerade Stellung. Najavasana ist die Bezeichnung für eine ganze Gruppe von Asanas und zwar sowohl die Drehungen wie auch die seitlichen Beugen. Anika zeigt gerade ein paar davon. Zum einen Parivritti Makarasana, also drehendes Krokodil. In der Rückenlage beuge beide Knie und gib beide Knie nach links und gib dabei die linke Hand auf das rechte Knie und schaue nach rechts. So gibt es Subtana-Javasana-Stellungen, also liegende Drehungen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe davon. Als zweites gibt es Upavishtana-Javasana, also sitzende Drehungen, zum Beispiel den Drehsitz Ardha-Matsyendrasana. Also vom Fersensitz gehst du zur Seite. Annika macht die volle Stellung vor. Also das sind sitzende Drehübungen. Als nächstes gibt es stehende Drehübungen, zum Beispiel das drehende Dreieck, also Beine auseinander und dann drehe dich zur Seite und komme dann zum Drehtreieck. Das ist jetzt das normale Dreieck und dann zum Drehtreieck. Das sind also Natchavasana-Positionen. Aber Natchavasana ist nicht nur die Bezeichnung für Drehübungen, sondern auch für seitliches Beugen. Und so ist durchaus auch das normale Dreieck durchaus Natchavasana-Übung. Ja, so gibt es viele Übungen, die man als Natchavasana bezeichnen kann, eben im Unterschied zu Uttanakasana-Übungen, also einfache Vorwärts- und Rückbeugen. Oder auch zum Unterschied zu Meditationshaltungen gibt es viele, wo die etwas krumm sind, im Sinne von gedreht oder seitlich gebeugt.